Johannes Vandenberg, der linke Außenverteidiger, absoluter Stammspieler bei den Roten. Vandenberg. Und die erste richtig gute Möglichkeit, Maximilian Beister mit dem Kopf. Und da konnte sich Zlatan Alomerovic doch mal beweisen. Das gibt doch ihm Zuversicht, Selbstvertrauen und Mut. Hier die rechte Patsche, richtig gut gemacht von Zlatan Alomerovic. 1'87 ist er lang.